Hallo zusammen, ich bin Fabienne. Ich zeige euch das Dynamo Tonstudio. Wir machen jetzt eine kleine Führung. Wenn ihr hier vorne schaut, seht ihr schon das Schild und den Eingang vom Tonstudio Dynamo. Hier kommen wir rein. Wir haben leider nicht viel zu tun, ausser ein paar Knöpfe gedrücken, um alles einschalten. Die Band hat nicht viel verloren. Wir laufen hier einfach weiter in die Regie. So, kommen wir mal mit. Hier wäre unsere Regie. Wir haben hier ein grosses Mischpult, das wir 40 Kanäle gleichzeitig aufnehmen können. Das ist schon mal sehr cool, oder? Wir haben hier diverse Wandler und Geräte, die wir brauchen, um dann auf das Endprodukt zu wandeln. Wir haben hier diverse Boxen und ein Mischpult, das wir so schön zeigen. Von EQ, über Kompressor, über alt, von neu, alles was man sich so vorstellen kann. Auch hier werden wir viel damit machen, mit solchen Sachen, die wir hier aufgenommen haben. Ich freue mich schon jetzt, mit diesen Geräten euren Sound zu verfeinern. Aufnahmeraum 1, das ist eigentlich ein grosser Aufnahmeraum. Den kann man brauchen für ganz viele Sachen. Ganze Bands, Orchester, Kinderchöre. Ich mache eigentlich alles, was Spass macht. Gehen wir hier mal weiter. Das wäre der grosse Aufnahmeraum. Also ihr seht, sehr viel Platz. Wenn man hier mal so durchfilmet, sieht man auch im hinteren Ecken einen Flügel. Wir sind hier im kleinen Aufnahmeraum. Das ist eigentlich eher geeignet für Sprachaufnahmen, Rapaufnahmen oder vielleicht so Sachen wie das Drumrecord, Hip-Hop aufnehmen. So diese Sachen. Was wir hier im Ecke sehen, ist Schlagzeuge, die wir natürlich brauchen dürfen. Wir haben also eins hier. Wir müssen nicht das eigene mitnehmen, wenn man das nicht möchte oder nicht hat. Steht also bereit zum Brauchen hier. Als letztes noch unsere Mikrofone. Hier eine riesen Sammlung. Ich fange jetzt nicht alles an, aufzählen, aber es hat von Röhren über Bändchen. Wir haben eigentlich fast alles hier. Alles aus Mikrofon-Herzbegehr. Die ganzen Schublade sind eigentlich voll mit Mikrofone, die hier wären zum Brauchen. Also kommt. Wenn euch das ganze Studio Spass macht, meldet euch an unter fabienne.golumberg.gmail.com Das ist meine E-Mail-Adresse. Dort bekommt ihr auch Auskünfte über die Preise, über wie viele Tage brauche ich für was und alle Fragen, die ihr sonst noch habt. Merci.